Aufstehen, wählen gehen! Hey, wir sind von den Jugendhäusern in Kehl und wir werden dir jetzt erklären, was dieses Jahr bei der Kommunalwahl alles so los ist und was du eigentlich damit zu tun hast. Am 26. Mai 2019 ist es soweit, also merkt ihr dieses Datum gut. An diesem Tag kommt einiges auf dich zu. Wenn du 16 Jahre oder älter bist, kannst du den Ortschaftsrat, den Gemeinderat und den Kreistag wählen. Bist du schon über 18, kannst du sogar bei der Europawahl mitmachen. Dann schauen wir uns die verschiedenen Wahlen mal an. Jetzt geht es um die Europawahl. Auf dieser Karte siehst du Deutschland. Zusammen mit diesen anderen Ländern bilden sie den Kontinent Europa. Einige dieser Länder haben sich zusammengeschlossen und nennen sich die Europäische Union. Kurz gesagt, die EU. Aber Achtung, nicht alle europäischen Länder sind Teil der Europäischen Union. Das heißt, manche haben sich entschieden, nicht dazu zu gehören. Das sind zum Beispiel die Schweiz und Norwegen. Die anderen Länder haben sich zusammengeschlossen, um besser miteinander in Kontakt zu bleiben. Wie haben die Länder denn miteinander Kontakt? Damit die Länder miteinander verhandeln und alles besprechen können, kommen aus jedem Land der EU Leute zusammen. Für diese Besprechungen versammeln sie sich in Straßburg. Das Gebäude und die Menschen, die sich dort treffen, nennt man das Europaparlament. Wofür haben sich diese Leute zu einer Europäischen Union zusammengeschlossen? Also was macht das Europaparlament eigentlich so? Die Leute im Europaparlament werden Abgeordnete genannt und entscheiden gemeinsam über verschiedene Themen der Europäischen Union. Sie möchten den Frieden zwischen den Ländern stärken, damit keine weiteren Kriege ausbrechen. Ihnen ist es wichtig, dass es den Menschen in Europa gut geht. In manchen Fällen helfen die Länder der Europäischen Union sich auch gegenseitig, wenn es in einem Land zum Beispiel nicht so gut läuft und es dadurch Geldprobleme hat. Sie überlegen sich auch neue Gesetze, zum Beispiel für einen besseren europaweiten Umweltschutz. Bevor den neuen Gesetzen zugestimmt wird, müssen sie erst überprüft und vielleicht verbessert werden. Das Europaparlament entscheidet außerdem, wofür in der EU Geld ausgegeben wird und sie bestimmen, welche Projekte der EU-Länder unterstützt und gefördert werden. Okay, und wie genau kann ich mir das dort vorstellen in diesem Europaparlament? Das Europaparlament hat insgesamt 705 Sitze für Politikerinnen und Politiker aus den verschiedenen Ländern der EU. Jedes einzelne Land hat eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Deutschland hat zum Beispiel 96 Plätze im Europaparlament, weil Deutschland ein großes Land mit vielen Einwohnern ist. Kleinere Länder mit weniger Einwohnern haben nur wenige Plätze. Malta zum Beispiel hat sechs Plätze. Die 96 Plätze von Deutschland werden unter den Politikern von verschiedenen Parteien aufgeteilt. Schau mal, so war die Aufteilung in den letzten fünf Jahren. Also, so wie ihr alle in Deutschland wählt, so werden die 96 Plätze von Deutschland auch unter den Parteien vergeben. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Plätze darf sie im Europaparlament besetzen. Welche Leute dann genau dort sitzen, entscheidet die Partei selbst. Es werden also keine einzelnen Personen, sondern nur ganze Parteien gewählt. Das heißt, du hast nur eine Stimme und kannst sie nur einer Partei geben. Und wie funktioniert das jetzt genau mit dem Wählen? Gewählt wird alle fünf Jahre. In diesem Jahr am 26. Mai 2019. Das Europaparlament darfst du wählen, wenn du mindestens 18 Jahre alt und EU-Bürger bist. Wer wählen darf, ist nun also klar. Aber wie genau läuft so eine Wahl ab? Anfang Mai, also ein paar Wochen vor der Wahl, bekommst du einen Brief zugeschickt. Diese Wahlbenachrichtigung sagt dir nur, dass du wählen darfst und wo du das machen kannst. Die Orte, an denen du deinen Stimmzettel abgeben kannst, werden Wahllokale genannt. Diese sind meistens in Sporthallen oder Rathäusern in deinem Ort. Am Wahltag hat das Wahllokal von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wenn du zum Wählen ins Wahllokal gehst, darfst du deinen Personalausweis oder deinen Reisepass sowie deine Wahlbenachrichtigung nicht vergessen. So wie hier wird der Stimmzettel aussehen, den du im Wahllokal bekommst. Auf dem Stimmzettel stehen mehrere Parteien, aus denen du eine Partei wählen kannst. Du machst einfach bei der Partei deiner Wahl ein Kreuz. Dann musst du deinen Stimmzettel nur noch in die Wahlurne einwerfen. Wenn du am Tag der Wahl keine Zeit hast, kannst du das auch alles per Post erledigen. Dafür musst du die Briefwahl bei deinem Rathaus beantragen und dir wird alles, was du brauchst, zugeschickt. Zu Hause kannst du dann einfach die Unterlagen ausfüllen, zurückschicken und schon hast du deine Stimme abgegeben.